hey freunde willkommen zur ersten vorfreude tour 2023 ich habe mir eine kleine mischung eine kleine aber feine mischung mal für euch rausgesucht wir haben jf 50 von jorge eine neuheit im t1 bereich von 20 23 ein feuer teufel von black box wir haben nochmals von funke in der kategorie f2 dumm boom black edition wir haben von funke die knisterfeuerkaliber b wir haben eine 1000 rubine von funke eine asoka dann haben wir pyro gyrgy notodoro dreieinhalb von denen dann haben wir die kräte thunfisch von volksfeuerwerk wir haben dann die nico glitzerin als raketen und zum abschluss als finale haben wir hier die sakura von agento dann würde ich sagen gehen wir raus zur zündung und ich wünsche euch viel spaß mit den artikeln so die dumm boom black edition jetzt hier mit pinker lunte übrigens die lunte brennt auf rot sehr dumm und da war schon heller vom klang den habe ich ausgeschmissen das hätte jetzt von der zündung nicht erwartet also ich finde diesen sehr gut für deutsche brennen ja und der letzte für euch so freunde wir machen dann jetzt hier die funke c in f2 für die vorfreude tour 15 gramm nam auf sechs stück mir ist gerade ausgeschmissen da sind nur fünf drin also auf fünf gramm auf fünf stück sprich drei gramm pro knaller hier schauen wir uns mal an ziemlich laut f2 der haut ab ich glaube das auch aus hat die scheppung da waren die grad p1 also ich weiß es gerade nicht mehr ich gucke noch mal nee die sind f2 so der letzte noch mal als nachzündung ja also die teile in f2 wenn man sie noch irgendwo bekommt nimmt sie mit die knistert hier mal von ronke Das war's für heute. Oh, jetzt kommt mir nur ein Auto. Hier brennt's. So, wir zünden gleich mal noch die Jett F50. Eine rote und eine blaue. Sieht man das? Ja, sieht man. Guck mal, die verwandeln dich. Hättest du nie gedacht, oder? Nö. Eine Silbe, eine Gold. Da kannst du viel Wolten drüben. Ganz schön heiß auf dem Kopf. Schöne Teile, würde ich sagen. Ach, meine Lampe ist angegangen. So, jetzt die Niko-Glycerin-Raketen. Schauen wir mal an, was da für ein Cracking rauskommt. Ich hab Wassertropfen auf die Linse. Cracking. Riesenball. Rägen haben die euch auch nicht angesagt, die Schweine. Und die letzte aus dem Set. Schön ist das. So, dann machen wir jetzt hier die Notte Doro. So, Ja, schön ruhig. Jetzt kommt die Ahsoka. Achtung! Ja, das ist eine sehr langsame Schussfolge. So, Grete Thunfisch. Kommt eine kleine Batterie, die ist aber lila am Himmel. Muss mal gucken. War die schön? Ja, schön. Dann machen wir jetzt wieder was Leuchtenes. So, 1000 Rubine. Oh, zu kurz. Der wollte nicht nach oben. Die nächste Agentur, 13 Schisser hier für die Vorfreude. Boah. Auch ein schönes Teil. Vor allem das weiße und rot danach. Wunderbar. Walter Bis zum nächsten Mal. Will noch elves auch? reimburse zu den Tracht dass hieriere bekommen. Achtung! Ja, das ist alles. altet